Ja, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Ich zeige euch heute, wie man bei dieser Formel, also f von x gleich 2x plus 1, die Wertetabelle dazu ausfüllt. Ich habe schon mal eine Wertetabelle vorbereitet, aber noch nichts eingesetzt, außer die oberen Zahlen. Gut, das ist 2x plus 1. Jetzt fangen wir erstmal bei 0 an. 0 müsste eigentlich ja 0 sein, aber in diesem Fall nicht, weil das ist 2x plus 1 und weil plus 1, dann ist 0 gleich 1. Aber wenn da jetzt nur 2x stehen würde, dann wäre das 0, aber dann wäre 0 gleich 0, aber jetzt steht da ja plus 1, also muss man immer 1 dazurechnen. Nehmen wir als nächstes mal 1. Also 1 mal 2 sind 2 plus 1 sind 3, also sind 1 3. 2 mal 2 sind 4 plus 1 sind 5. 3 mal 2 sind 6 plus 1 sind 7. Und 4 mal 2 sind 8 plus 1 sind 9. Wie man sieht, sind es immer 2er-Schritte, aber das ist längst nicht immer so. Jetzt machen wir als nächstes minus 1. Minus 1 mal 2 sind minus 2 plus 1 sind minus 1. Ähm, auch 2er-Schritte, 1, 0, minus 1. Jetzt logischerweise minus 3, wir rechnen es aber trotzdem nochmal aus. Äh, minus 2 mal 2 sind minus 4 plus 1 sind minus 3. Dann, minus 3 mal 2 sind minus 6 plus 1 sind minus 5. Und jetzt, minus 4 mal 2 sind minus 8 plus 1 sind minus 7. So, danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachmachen. Danke. Vielen Dank.